hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren episode folge von skyliners imaginators mit und skyliners player game weiß ja nicht ob ich noch was an juju verbessern kann ich muss jetzt mal oh ja aber dafür muss ich gold fahren gut meine zeit lang jetzt noch selda gespielt hat weiß meine zahlen auch nicht mehr wirklich was man abschillen kann gut dann ist es eben so erstmal goldfarm für bad juju am besten dafür ja dazu reisen wir mal lieber ein sens sei lebensreich ton ist gut denke ich kamera nimmt auch gut sollte passen ja jetzt heißt erstmal goldfarm da kann man gucken was wir noch an bad juju verbessern können da sind ja noch vier fähigkeiten oder so ja also schön dass du unsere heimat besuchst wie du vielleicht weißt teilen wir uns dieses gebiet mit den schafen und wie du vielleicht ebenso weißt haben die schafe ein großes problem das hast du wahrscheinlich nicht ja wenn die beete mir gold bringt nachricht das natürlich genauer gesagt es gibt dir die chance die ratten zu besiegen irgendwie habe ich das gefühl krieg ich genug ich hatte den oberen weg von bad juju genommen nicht den unteren das war ja hier das den kling denke ich was bei einem normal sky gold und gegner ja 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 der juju gibt es den richtigen ja sie kalakten so aber das So, 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 so. So, so, so. Das kann ich aber überspringen. Das hat sich schon erledigt. So. Noch eine Kanone. So. Bam. 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 Das wird Ihnen eine Lektion sein. Hoffentlich. Wo bleibt das Gold? Gold. Goldgrube. Die einzig wahre Goldgrube hier. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und ich singe schon wieder ein Lied. Hoppala. Egal. Falls es euch amüsiert hat, ist es auch okay. So. Ein bisschen hier am Sensai lebensreich. Oh, diese Ratte schießen aber mit Vergnügen ab. Die Rattenplage. Weg damit. Malz. Dieses Ungeziefer. Zwei. Drei. Bam. Und hoch. Bam. 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 Oh nein. Wie ist das in ein Grab? In die Höhe! BAM! 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 Hallo nochmal Skywesen! Es sind immer noch ein paar Ratten! Ja, und die hier immer noch Ratten sind. Zwei. Drei. Vier. Großes Vieh. Und eine Kiste. Neue Ritterwaffe. Oh. Duplika. Tipp. Ja, ich weiß, dass ich eine große Kanone... Oh. BAM! BAM! Gäuung! 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 Noch mehr Gold! Klick, 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 kling und hoch. Das können wir hier noch aufnehmen. Achso. Bam. Zwei auf ein Streich. Bam. Boom. Noch ein Fiese. Autsch. Oh ja. Gold. Gold. Autsch. Autsch. Was mach ich da? Wuf. Jawohl. Jawohl. Ups. Ding. Oh ja. Jetzt haben wir aber schon etwas Gold wieder bei Samir. Läuft ja wie ein Schnürfchen. Aber ich glaub nicht, dass ich jetzt alles davon skillen kann. Die Rattenfesten gehören uns. Hurra. Und wenn du eine Belohnung... Gold. Und noch mehr Gold. Gold. Und eine Truhe. Neue Schmettererwaffe. Okay. Wuhu. Level abgeschlossen. War eh schon alles erledigt. Aber dafür hat es super viel Gold eingebracht. Gold, was Bad Juju noch gebrauchen kann. Und dann kann ich alles in Zahlen messen. Aber da... Einmal das zu kaufen. Staatlicher Schock. Ach. Es reicht zwar noch nicht komplett, aber für zwei Dinge hat es gereicht. Was ist das? Überfressen. Halte X, um Juju Junior mit Litzen explodieren zu lassen. Okay. Das hier. Und falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abo da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Freunde. Bis dahin. Peace. Leider muss es hier schon enden wegen dem Speicher.